Und Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer Supreme Commander Forged Aliens Vernichtung. Wieder mit mir dabei. Aber zwar, ich weiß nicht davon, also... Ich bin mir mit der Sache jetzt gar nicht so sicher. Schauen wir mal. Zehn Minuten kein Sturm gegen 2KX Adaptiv. Ohne Luft. Ja, es ist irgendwie schon gut, aber... Mit Luft würden sie uns überrennen. Ja, mit Luft hatten sie uns sogar dann nochmal sicher überrennen, aber so... Ich weiß nicht... Weißt, ich hab einfach so irgendwie Urin... ...dass uns auch so trotzdem irgendwie brutalst überrennen werden. Meinst's? Ja, irgendwie schon. Hm. Ja. Ich weiß, man soll immer positiv denken, aber... Ich weiß hierbei auch nicht, also... So... So... Der Techniker arbeitet... Der Techniker schiff da... Hallo, mein Name ist Stanik und das ist Chuckass. Haha, D-Party auf jeden Fall. Vor allem, was da so krass kommt, dass jetzt gleich die ersten Minuten durch ist. Das ist so irre. Die kommt immer so extrem kurz vor, oder? Die ersten Minuten ist immer das Schlimmste, ja. Die ist immer extremst kurz. Dann denkst du immer so, die ist ja schon durch, das ist aber schlecht. Okay, wir kämpfen also nur gegen Bodentruppen. Okay. Hallo, das ist Balls. Drei Lone Fabriken. Was kommt da von mir? Ein Vierer. Von mir? Nein, von mir. Achso, oh, was? Oh ja, tatsächlich. Okay. Äh, ja. Das ist Dog. Ja, das scheint dann ordentlich was abzugehen bei dir. Kann das sein? Okay. Soll mir das jetzt glücklich stimmen oder so? Ja, ja. Ja, ja. Oh, klar. Willst du das wohl tun? Machen wir hier oder in der Richtung auch ein bisschen anfahren. Mit der Presse. Oh, Energie, 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 fertig. Äh, wie schaut's eigentlich aus? Atomwaffen und so? Na, aus. Aus? Äh, experimentelle? Ein. Ein, okay. Gegen zwei Adaptive, die allerdings beide depressierend. Äh, muss nicht zwingend sein. Wohl, mit 5000 nur, hallo? Oh, nein, der Kai-X-Sand, du überschätzt die Kai-X-Kotter bissel. Glaube ich schon, gell? Mhm. Schlimm, jetzt fangen wir schon an, die Pfetzen da noch zu verschätzen. Ist eigentlich ziemlich dramatisch. Dramatisch, dramatisch, dramatisch. Auf jeden Fall. Hydraulisch, pneumatisch, dramatisch. Was laber ich da? Das ist die Angst. Das ist die Angst. Ich kann den abberuhigen. Wieso? Das ist die Angst. Na gut, wenn das die Angst ist. Naja. Hm, dann mal da was hinbauen. Dann, äh, Mattar Style, wenn wir da auch unterstützen lassen. Bin derzeit eigentlich nur voller Lotz am Ressourcen-Geiern. Hm. Oh, vergiss etwas spawnen, da. Ne, ne, siehst du ja. Die Dev kommt dann auch gleich. Mhm. Äh, die wird dann auch noch gebaut. Yes, this is balls. So, der wird dann mal noch vorne tiegern. Mal ans Zwar. So, und so. Dann, was werden wir noch machen? Den können wir, den unterstützen. Ja, das ist eine gute Idee. Und der unterstützt den auch. Gibt es das Gefühl, dass ich von Energie nicht von dir lebe? Ne, sicher nicht sogar. Hahaha. Äh, derzeit nicht, nein. Mhm. Na, wenn ich nicht, weil wir überall die ganze Zeit da plus ans Energie, nämlich. Erzählt sich immer noch, oh, lebe ich von dir, oder was? Ne, äh. Muss ich die vermutlich enttäuschen. Nein, ich bin der C-Minus. Ah, okay. Balls. Ja, Deck-Zwarer-Energie-Generator ist im Bau. Na, bei mir auch. Erschöpft. So, der baut dann hier so. Der baut dann noch hier so. Und der wird da alles upreißen. Gut. So weit, so gut. Irgendwas geht doch schon nochmal voran. Die Energie lebst du jetzt von mir wahrscheinlich dann. Noch nicht, nah. Also bei mir geht es eigentlich super. Mhm. Produziert zum Üben, Üben, Üben. Äh, ja, jetzt bin ich glaube ich Energie von dir, wow. Plus tausend, der Energie hat gerade bei mir aufgefüllt. Ah, okay. Ganz dezent. Auf einmal mit plus tausend. What the fuck. Freu dich doch. Durch. So, mein Kommando rüstet sich auf. Die Fabriken, jetzt haben wir bald, äh, gleich einmal sind all meine Masse-Dings-Deck-Zwar. Meine sind alle Deck-Zwar. Na, alle. Ja, alle Viere. Na, alle Acht. Alle Acht, Deck-Zwo. Alle Acht. Das sind Acht-Fabriken. Äh, die Masse-Extraktoren, hallo, hörst du mal nicht zu? Oh, tschuldigung, hab Fabriken verstanden. Boah, hä. Ja, ich hab's gerade ein bisschen mit die Ohren. Alle Masse-Fabrikatoren. Wo weinst, du bist gerade Deck-Drei? No, aber das hindert mich jetzt nicht dran. If you know what I mean. Mhm. Na, wir sind vier auf Deck-Zwo. Einer tut gerade aufrüsten, die anderen sind eins. Mhm. Mhm. Da vier ist meine erste Fabrik gleich Deck-Drei. Die nächste hat 26% und die anderen zwar rüstet ich gerade noch nicht auf, auf drei. Okay, yes, this is Dog. Warte an Minuten dafür, okay, gut, das geht sich irgendwie aus. Betonung auf Irgendwie. Ja, Irgendwie ist recht, ja. Kommander wird, ist auch gleich deckt, zwar. Dann ist das gut. Ah, sehr schön, erste Fabrik ist deckt 3. Das ist schön, ja. Aber ich will ja nicht sagen, aber die zwei schon adaptiven KX. Ich habe sie echt unterschätzt, aber jetzt sind, äh... Ich habe echt immer am Anfang gleich das Gefühl, wenn ich jetzt sofort 10.000 Punkte habe, äh, das ist erst Debrie. Ja, das hast du schon mitgekriegt. Yes, hello, this is Dog. Ja, technische Stationchen da, sind unterwegs. Mhm. Bei mir zumindest. Mhm, ich habe schon vier, fünf, der wird gerade gebaut. Technische Station? Mhm. Ah, okay. Oh, this is Balls. So, deckt 3 Techniker ist unterwegs. Mhm. Mein zweiter ist gerade ausgekommen. Mhm. Ja, jetzt wächst der Def-Wahrerads gewesen. Ja, ich baue gerade. Vierte Punktverteidigung ist gleich fertig. Yay. So, zwei Minuten nur mehr. Scheiße, meine Produktion läuft gerade noch nicht wirklich an. Jetzt fällt noch gar nicht. Wird das so auch gehen, oder? Oder nicht? Ja, 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 ja. So, deckt 3 Techniker. Ja, ich lasse den gleich mal vorlaufen, dass er dann der Revenger bauen soll. Aha. Ah, Hu-s-ja, genau. Perfekt. Ich weiß ja wohl, was du willst. Ja. Ah, das ist auch schon perfekt. Hello, this is Dog. Anruf vorschicken, ja, ich sehe es, ich sehe es. Zweite Fabrik ist Glättig 3. Oh, jetzt habe ich gerade Masse-Probleme. Hm, nicht nur du. Also, bis jetzt bin ich im Plus gewesen. Nein, das ist schon lange nicht mehr. Was war von den Punkten, glaube ich, er hat es schön sieht. Ja. Ich habe es diesmal mit der Masse wirklich schön, äh, schafft. So, der erste Trick ist fertig. Oh, fein. Äh, bin am Anfang ein bisschen passiv unterwegs. Aha. So, das funktioniert. Und jetzt. Da, derzeit muss ich nichts mehr ändern an der ganzen Aktion. Das Ding mal aufrüsten. Aber ansonsten. Schaut soweit einmal ganz gut aus. Mal ein bisschen beschleunigen. Ähm, ja, noch ist Kagun zur Panik, noch wäre man nicht beschossen. Naja, meine Taktik geht gerade nicht ganz auf. Dass du dann gleich voll mit einem, oh, oh, oh. Einheitenstrom angehst. Mhm. Äh, na, oder? Doch, 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 Atexara. Atexara, wie groß ist denn das? Hälfte, da. Hälfte ungefähr, ja. So. Ich baue doch Gott. Ich baue jetzt vunderbar einen Ravager. Mhm. Meine Pricks schlafen dabei nur nämlich die Vornummer. Aha. Also da, wo der Arnett steht. Ach, die Technische Station soll mal bitte ihren kleinen süßen Techniker hintern da in die Richtung bewegen. Da wollen wir mithelfen bei den Ravager. Und los geht's. Ja, weil... So habe ich meine Technische Station lieb. Na komm. Hier, jetzt haben wir mal den richtigen erwischt. Stirbauterfell. Oh, da gucken wir uns ja schon. Ja. Aha. Wo? Oh, da. Okay. Mhm, 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 mhm. Sehe ich, ja. Gut. Ressourcen mäßig geht's mir eigentlich ganz passabel, sagen wir mal so. Ganz passabel? Ja. Ein Masseproblem. Ich persönlich... Ich persönlich würde noch nicht davon sprechen, dass es mal gut geht, aber es geht zumindest schon nochmal ganz gut. Ah, die Ravager arbeiten auch schon. Schön. Ah, der Artillerie hinten schießt auch vor. Schön, 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 schön. Ja, die Ari habe ich, die Ari baue ich da, damit es, damit die hinten dieser Masse vorkommen da nichts. Oder zumindest alles, was er zu der Masse vorkommen, schickt, soll dann zerlegt werden. Aha. Ich habe derzeit nur noch, äh, äh, erst nur einen Ravager stehen. Aha. Wow. Der kommt mit Harbinger. Ist der verrückt. Verrückt, der Mongo. Aber es war der Arhabinger. Ja, Gott sei Dank. Ja. Hm, Deck 2er schulde. Ja, ist mein Def arbeitet, sagen wir so. Ja, meine auch. Sehr gut, warum schrauben die alle auf meinen Kommando rum? Ach, da haben sie doch gar nicht getan, okay. Ähm, die sind jetzt alle Deck 3. Okay, okay. Wo kommt jetzt das Ding dran? Ah, er hat die Riechstelle, dann muss der fertig. Mhm. Okay, also verteidigen können wir uns schon? Ja. Man hört, mein Brickstrom, ähm, geht langsam in fort. Kommt langsam in fort. Alter. Nein, er geht. Er geht. Okay, okay. Weil die, sie gehen. Ja, okay. Sie vorne gehen. Ja, ist ja gut. Ja, doch. Bist das Aushilfs-Grammer-Nazi, du? Schlimm mit dir. So. Ah, Schlimm mit dir, ich kann mir keine mobilen Schulden, meine. Schlimm mit dir, Schlimm mit dir. Da ist derzeit ausgefallen. Weil es aufgerüstet wird. Ich sehe es trotzdem noch, aber wo soll die Serie sein? Ich weiß es nicht, aber es sind Schüsse bei dir eingeschlagen. Bei meiner Brickswunde? Ja. Das waren Raketenwerfermobile. Achso, okay. Die haben aber dann ordentlich Kraft gehabt, die Dinger. Ja, das waren ein paar. Na, okay. So, das Ding ist... Ich produziere schon über 300 Masse und brauche immer noch mehr. Ha. Ich produziere 100, nein. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Oh. Oh, oh. So. Schau, hab ich ja. Ja, wie schaut es bei dir mit den Einheiten aus? Siegste. Aha, okay, so. Also, es läuft schon. Mhm. Gut, bei mir jetzt auch. Aha. Insofern, ey, da noch mal ein bisschen noch vorgehen mit dem Commander. Ah, schön, du brauchst ein bisschen Revenger. Ja, leih auch. Sollten eigentlich reichen. Ja. Problem ist nur, dass die Revenger ihr Feuer so konzentrieren. Das ist wirklich schlecht. Aha. Deswegen mach ein paar Trier davor. Ah, cool. Jetzt kommt Depp-Produktion in Schwung. Merkt man das? Alter, der nutzt die Treier. Ja, das ist aber gar nicht so schlecht, dass meine Produktion langsam in Schwung kommt. Aha. Deine auch? Deine, kommt deine auch in Schwung schon? Ah, die ganzen Stationen. Hör mir da, das hat aber Fülle haben wir gar. Aha. Hui. Ja, hui in der Tod. Und da ein paar Raketenmobile, egal. Das ist ja gerade alles, was von dir, zuerst bei der, wenn ich vom Rücken aussah, ist, zerstört wurden. Ja, und wir sollten gleich einmal loslegen, weil ich habe so das Gefühl, dass der mit Dings kommen wird. By the way, baue ein Umfeldüberwachungssystem, sobald du die Ressourcen dafür hast. Mhm. Meine ganzen Techniker bauen gerade was, dann an Deck Dreier, der aber es nicht zwingend gerade alles baut, ja, da, so, mehr da. Die passen wir auf, sollte wir auch ein System. Wie viel verbraucht das kontinuierlich? Weniger als hat ein Fusionsreaktor produziert. Nein, ich habe keinen Fusionsreaktor, deswegen. Da bauen Dreier und dann das Ding nur daneben. Nein, ich habe nämlich vier Zwarer. Okay. Meine Artis hauen auch schon schön eine. Aha. Ach, siehst du deine schon? Ja, ja, den schicke ich durchgehend jetzt. Passt du bei meiner losschicken? Ja, auf jeden Fall. Aber die bleiben aber in der Mitte stehen zur Verteidigung. Ja, ist nicht so verkehrt. Ja, beinahe besteht immer zwei Titans, dann kommt ein Percival und dann kommt ein Spearhead. Ah, okay. So. Die Jungs laufen los. Ha, das Spearhead hat aber auch nichts abgab. Nein, jetzt die Revenger streuen eh schön eine. Mhm. So. Und da fangen wir jetzt so an und dann machen wir mal auf die Schnelle so. Die sind jetzt eigentlich schon alle aufgerüstet. Na, mach nicht einmal. Hey. Mann, hier habt ihr zwar Raketenabwehr stehen aber nur eine. Ich mach jetzt mehr. Ich hab keine. Boah, die kommen aber echt massiv, gell? Aha. Ähm, ja. Sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir da weiter machen. Ja, wir drängen sie eh langsam zurück sogar. Ja, stimmt. Aber naja, naja, es geht. So. Wie schaut dein Einheitenstrom aus, weil meiner wird eigentlich mehr oder weniger von dieser Armeen da immer zusammengeschossen? Ähm, schau mal wie klein der ist. Deiner? Mhm. Na ja, wo ist das Problem bei dir noch? Dass ich grad zu wenig technische Stationen hab, die grad Bau und keine Masse hab. Ah, aber das Umfeldüberwachungssystem. Ja. Das hat jetzt schon mal schön aufgedeckt. Aha. Die haben doch gesagt, die sind depressiv. Aha. So. So, lauf, 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 lauf. So. Ah, du hast jetzt endlich einen Fettball fertig. Ja. Was hast du endlich? Haha. Werdet arrogant. Haha. So, der Typ Eiscolte endlich. Was ist mit dir los? Nix, nix. Ahm. Ja. Ja, aber scheint zu wirken. Das Problem ist, der Gegner kommen da relativ massiv immer noch zu. Hm. Aber nimmer so. Ja, trotzdem immer noch sehr. Ja. Ja, es geht. Unsere Verteidigung steht eh ganz gut. Ja, und jetzt sollten wir schauen, dass wir zum Gegenangriff blasen. Aha. Meine Einheiten werden gebaut, ja. Schön. Die Klinge kommen auf mich, schießen da hinten in die Base rein. Nein, das ist das Mini-Base-Ding, meinst du? Ja. Okay. Ah, verstehe. Meine Einheiten werden komplett zusammengeschossen, wenn ich angreife. Ja, aber schau mal, ich stehe da an zu Harbinger um die Ecken. Huh, der Brig hat 5 Sterne, 46 Kills. Boah. Jetzt ist er eigentlich nichts. Ja. So, Beeilung. Los. Dann wollen wir mal das hier. Stellen wir das Ding hin. Stellen wir es da her. Wo da? Geht es da sogar? Ja, da geht es sogar. Passt, also ich glaube, die haben wir jetzt dann bald eingedämmt. Ja, aber wir sollten schauen, dass wir gegenangreifen, Vollgas. Ja, schon, aber deine Fat Boys halten sie ziemlich in Schach. Na ja, doch schon. Hast du Masse übrig? Ja, wie viel brauchst du? 17.000 kann ich speichern. Nehmen sie mal das da. Danke. Sehr hilfreich schon. Ich hab 8 Deck 3er. Ja, alle sind aufgerüstert. Oh, schön. Ich hab 8 Deck 3er. Mhm. 7 Deck 2er. Oh, ist auch was schönes. Na ja. Minus 118 in der Masse. Hm, okay. So. Mariana. Ah, jetzt hast du genug gedrückt. Okay. Energieprobleme, aber jetzt keine mehr. Ja. Aha. So. Das war ja mein erster Fat Boy schon erledigt. Echt? Ja. Alter, wie ist das gar mal so? Aber er hat da, aber er hat da durchgebrochen. Also du solltest da jetzt durchkommen mit deiner. Warte mal, der was in der Mieten steht. Ich hab auch da auf, hör. Und die Fat Boys, die arbeiten eh schön eine. Ja. Mhm. Okay. Da wird auch gebaut. Ah ja, was noch so etwas war, was als Nachteil zu gelten war für uns, ähm, Gegner, also Einheitenlimit 1000. Oh. Und dann wieder ein Digi. Aha. So, das sollte jetzt einmal ordentlich helfen, ja. Okay. Jetzt haben wir schon alle Auffall ausgebaut. Okay. Mal den Commander einmal noch das Ding verpassen. Und jetzt kommt eine energielose Zeit auf mir zu. Energielose Zeit? Ja. ich bin mit energie im 5000 plus also bin 30.000 minus das ist gestört energiegenerator teleportieren oder was er ich werde es wieder wagen aha deine pricks wenn die weiter in den mitten vielleicht sich verlängern würden dann so weiter in den mitten ich weiß es nicht wollte er erst wenn das radar von mir wieder ist dass wir sehen was sie ist aber gleich durch 22 prozent energie habe ich so geschafft fertig fertig 3x6 traktoren ich werde die kleine base da oben vernichten das genetische command also höchst commander kommt auf die zu auf den fett bei ist aber gleich weg bin ich ja beruhigt so und dann so und dann doch hier dafür dann wir mit dem commander wieder mal was versuchen erst zu brechen das wird so marschieren oder was wohl da wie viel habe ich noch ständen duten und amitten bei ihm ich sage mal so zu viele aha hat ja fast mannen naja meine hätten mehr einheiten strom geht langsam in fort was ist eigentlich stärker da bleibt nur da abwürgt ganz klar nirgendwo so muss der bricht stärker ist nur gespart ob das mit dem commander funktioniert was eine besen springen lassen danach knapp vor der base drei türme auf und so wird wieder zurück teleportieren das ist heute überleben also nicht ob die idee auf geht wirklich fraglich da wird gleich mal loslegen dritten masse von anschauen einheiten strom und jetzt langsam ja jetzt geht doch mal ordentlich was weiter stimmt dr vorbeut kriegt echt schon übelst ob und kommt zu schützen der kurs ja ja wo der hat aber schon über fast 200 kills russerl eine prizma wo die noch bis alleine schon 105 und ein skills Boah, kein Schaß. Na? Sicher nicht, ja. Da ist der Commander. Er wird angegriffen von irgendwas. Ah, die Clane attackieren ihn. Ja. Ja. Clane geben den Türmenschirch. Ja. Weißt du, sie machen hätte sie müssen? Hinten in die Ecken reinbauten und du dann eine Base aufbauen. Ja, siehst du eh, was ich gerade versuche. Ja, ich weiß aber in den Ecken, da hätten sie den gleich erwischt. Was denn? Ist ja wurscht. Ist ja gerade wurscht, ehrlich. Da schießt wahrscheinlich was größeres auf die. Ja, ich glaube der Gegnerische Commander ist das. Ah. Der hat zwei Galaktische. Ha? Der hat zwei Galaktische. Echt? Wo? Vorne weiter in seiner Base. Oh, und der hat auch zwei Galaktische. Den Badezweig Galaktische. Oh, Commander, komm mal an. Schuld ist kaputt, okay. Und. Und, und. Mein Commander wird langgegriffen. Fuck weg. Boah, der war doch krass. Der Sond kriegt's nach. Alter, wenn das keine geile Aktion war, oder? Ja, die waren uns schlecht. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ich glaube, das war in Nohamboy. Ja, ha, ha, ha. Der Badezweig Galaktische. Ja, das ist dann nicht so sexy. Aber was soll's. Ohne, ohne, ohne ein bisschen was riskieren. Wollt's ja kein Spaß. Tix, wo mein Commander ist. Hm? Ja, Sir. Ha, 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 ha. Auf anderen Seiten diesmal. Ja. Shit. Was wir da in der Gegend umarschierst, ist ziemlich evil. Problem ist dann, die ganzen Galaktischen, die da hier rumstehen. Hm, ist voll die gute Deathphilien. Mal schauen mal, in der Mitte. Wir haben sie eng gedämmt, eigentlich. Ja, schon, aber. Scheiner, mitten ist die Pricks und von mir und der Sturm aufhär. Und noch unten der Sturm von dir und da. Die Novaks, also. Es fällt jetzt sich schön auf. Stimmt, ja. Hm. Ich geb nicht auf. Ich werd'n da irgendwie so mit nem Commander ein bisschen fertig machen. Mein Novaks bretzt übrigens auch schon die ganze Zeit voll eine. Hm. Hab ich's ja schon gesehen, ja. Sehr schön. So, der dicke Junge, da wird er mal gut arbeiten, bitte. Dann werden wir mit den Fabriken da hin produzieren. Wow, war das doch... Der hat den Commander vernichtet. Sehr schön. Ja, mein Fatboy. Echt? Ja, der macht jetzt erst einmal Radau. Schuss hier das mal. Na, na, stimmt. Die Hobensschaft schießt in Bozar. Die haben auch welche, ja. Er wird dann oben. Hä, schau mal, was ich da mach grad. Hihihihihi. Jetzt sind's zu viele. Jetzt kann das noch mal kontrollieren. Oh, das war eine Triad. Oh, das war eine Triad. Oh, eine Triad. Was mach ich denn die ganze Zeit? Na, äh, eine Raman schau mal nicht. Na, mach ich's lang. So, okay. Ich muss ein bisschen in Bewegung bleiben dafür. Mhm. Man muss sagen, es geht eigentlich ganz gut. Ja, dem Grönnen gibt's dir ziemlich schier. Dem Grönnen gib ich grad einen Einlauf, ja. Die Galaktischen zerstören die ganze Zeit meine Pricks. Ja, ich hab meinen Fatboy schon auf dem galaktischen Gelenk direkt. Mhm. Sollten nicht mal long leben. Na, nein, die Roten. Ah, die Roten, okay. Die Roten, ja. Die geben meinen Pricks. Oh, ich schick hier meine auf für meine Einheiten. Mhm. So, meine Percivals laufen jetzt auf, ja. Oh, Commander. Ah, Hilfskommander. Kann nicht sein, dass ich sogar mit Masse von dir lebe. Kann gut sein. Geht das überhaupt? Ja, ja. Ich baue 600 Masse. Okay, dann lebe ich von dir mit Masse und Energie. Ah. Lol. Daucht auch weg. Huch. Huch, der schießt aber mit Artillerie auf die. Wenn nicht sogar mit Schlimmerem, ja. Mhm. So, das sollte das weg da oben. Ja. 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 Warte, jetzt vielleicht nicht so verkehrt, ja. Der Teleport ist unterwegs. Nix. Oho. Ach, der war knapp. Der war jetzt schon sehr knapp. Gar nicht. Hm. Ich glaube, den kriegen wir auch noch weg. Jo. Glaub ich ehrlich gesagt auch. Es ist nichts von wegen, du hast dich voll überschätzt. Das hast du gesagt. Na, du hast sie überschätzt. Stimmt. Ja, sag ja. Das hast du gesagt. Ja, schau dir mal auf ein bisschen Schleinigen nach 5. Na, so. Okay. Ist okay. Na, lol. Ist das gut gezogen. Da stehen noch zwei galaktische. Oh, 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 oh. Na, und zwar. Der Galaktische saugt dein Titan her. Während der Titan fliegt, stirbt der Galaktische und der Titan raniert im Boden ein und es hin. Ja, das war schon lustig. Pfff. 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 Ja, meine Dingschearsen voll. Hm. Der wird direkt drauf gelenkt, also. Ja. Boah, die kassieren. Pfff. 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 Yan stamina. Pfff. 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 Und dann meine Fettbekommen, ein Rettungswirt. Dann hier auch Cuando. Turn und gnatschend ist so übermächtig. Jesus Prozent und Gropf. Ja da hab ich dir ge utilise nur dass ich nicht weil ich dich gut getötet habe. Dann dasşaumende Probleme Children, meine commence Ende bei Standort Hinschclockden Telefon Nixon, die für einen SpЕН für eins. Okay, der ist weg Und mein Bauvorhaben wird nicht zu Ende gebracht Und du reißt mir weg, so oder so Yes, er baut eine Skatis Ja, aber sie wird leider nicht Ja, guck, brennen, oder? Ah, du, bringt nichts Sehr, 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 sehr Ah, verliere Okay Hatte ich so, dass du verloren Boah Hat aber cool ausgeschaut, schau mal, du bist da oben oben gelaufen, ich bin unten Aber du ganz einheitlich, rein die Bricks, alter, voll die Blockpartei Und ich durch die Bank gemischt Titan, Percival, Spirit Meine Bricks, meine Bricks sind nämlich wirklich nur Auf und nur angreifen und in den Schach halten Warte mal, einer von die Fett Der eine Fettball hat 335, der andere hat 125 Kills Aber ich finde das so geil, die Geschützreihe Die ist so lieb Alter, damit hab ich ziemlich genervt, den Grünen Ich bin mit den Punkten der Schlechteste, das hab ich auch noch nie gehabt Aua Ja, sieh, ich hab nichts Experimentelles fertig gekriegt Oh ja Die war schnell vorbei, 35 Minuten Aha Punktanzahl Alter, wir werden besser, wir werden echt besser Wir werden wirklich besser, schau mal, Punktanzahl an Ja, ich schau grad Ja Schlecht war's nicht Ihr weniger Verluste als du Ja, meine Meine Lines sind so dermaßen eine marschiert, die sind einfach nur gestorben, eine Die Bricks halten einfach, die Bricks halten super flaus Bricks sind stark Bricks sind stark, ja Haha Na gut Es war eine schöne Partie und damit bis zum nächsten Mal Dann Und dann Und dann